Ich such mein Pornoheft und kann es nicht perfekt hören. Er sucht sein Pornoheft, wo habe ich es nur wieder hingelegt. Ich such den Schreibtisch durch von Porno bis nach hinten. Ach Gott, ach Gott, was bin ich aufgeregt. Ich bin heute ganz allein in der Wohnung. Mein Weib, sie sucht im Supermarkt das Glück und schenkt sich für den Alltag die Belohnung. Da kommt sie vor, hat sie sie nicht zurück. Ich such mein Pornoheft und kann es nicht perfekt hören. Ich habe es wieder mal zu gut versteckt. Ich bin so scharf aus diesen süßen, bunten Söhnen, vor denen meine Frau sich so erschreckt. Mein Videorekorder ist im Eimer. Im Fernsehen ist um diese Zeit nicht los. Die Lust in meiner Hose wird nicht kleiner, sondern... Ach Gott, ach Gott, ach Gott, was mach ich bloß? Ich such mein Pornoheft und kann es nicht perfekt hören. Ich such den Schreibtisch durch von Porno bis nach hinten. Ach Gott, ach Gott, was bin ich aufgeregt. Mein Video... Nein, habe ich doch gerade gesungen. Mein Weib ist nur noch samstags zu gebrauchen. Und ohne viel Geschmuse geht das nicht. Und nachher will sie immer eine rauchen. Die Kiss! Hätt ich mein Pornoheft, ging es auch ohne sie. Ich such mein Pornoheft und kann es nicht perfekt hören. Er sucht sein Pornoheft. Ich habe es wieder mal zu gut versteckt. Ich bin so scham auf diese Säuse im Wunder. Er ist so scham auf sie, vor denen meine Frau sich so erschreckt. Die Bild-Zeitung, auf die kann mir nichts geben. Ein Busen in schwarz-weiß ist mir ein Graus. Ein Pornoheft, das habe ich wieder zu geben. Und wenn ich das nicht finde, flipp ich aus. Ich such mein Pornoheft und kann es nicht perfekt hören. Er sucht sein Pornoheft. Wo habe ich jetzt nur wieder hingelegt? Ich such den Schreibstuhl von Pornoheft. Er sucht den Schreibstuhl von Pornoheft. Ach Gott, ach Gott, was bin ich aufgeregt. Ich könnte es mal bei der Nachbarin versuchen. Ich schaue mich auch so liebeshungrig an. Doch hat die Frau für mich nur Tee und Kuchen. Und fast zwei Zentner Muskeln. Ja, Diamant. Ich such mein Pornoheft und kann es nicht perfekt hören. Er sucht sein Pornoheft. Wo habe ich jetzt nur wieder hingelegt? Ich such den Schreibstuhl von Pornoheft nach hinten. Er sucht den Schreibstuhl von Pornoheft. Komm, 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 was bin ich aufgeregt. Die Tür geht auf, mein Seid betritt die Wohnung. Und sieht mich, drückt mich an die Brust und schnaut. Gibst du mir für den Alltag die Belohnung. Im Supermarkt war alles ausverkauft. Und so hat jeder, was er suchte, nicht gefunden. Begnügt sich deshalb mit der zweiten Wahl und rettet sich damit sogar über die Roten. Verschiebt das große Glück, verschiebt das große Glück, verschiebt das große Glück aufs nächste Mal. Verschiebt das große Glück, verschiebt das große Glück, verschiebt das große Glück. Applaus Applaus